Servus, grüße euch! Ich bin der Philipp von Planet Software und begrüße euch heute zu unserem ersten offiziellen Konstruktionsrätsel. Das Rätsel läuft so ab, dass ich euch die Aufgabenstellung erkläre und ihr habt zwei Wochen Zeit, um die Lösung einzureichen. Gedacht wäre, dass das Rätsel in SolidWorks modelliert wird und jedoch verschiedene Anwendungen und Features zur Lösung kommt. Zu gewinnen gibt es natürlich auch was. Also, let's get right into it. Wir haben ein Terrarium, in dem ein Gecko und eine Fliege hausen. Das Terrarium hat eine Länge von 1,5 Metern, eine Breite von 0,8 Meter und eine Höhe von einem Meter. Die Fliege und der Gecko sind jeweils mittig vom Raum platziert. Der Gecko befindet sich in einer Höhe von 10 Zentimeter über dem Boden. Die Fliege sitzt ebenfalls mit einem Abstand von 10 Zentimeter unterhalb der Decke. Meine Frage ist nun, was ist der schnellste Weg vom Gecko zur Fliege? Und nein, der Gecko kann weder springen noch hat eine sonderlich lange Zunge. Er kann sich nur auf den Innenseiten des Terrariums bewegen. Die Auflösung des Rätsels kommt in zwei Wochen online. Und falls dieses schon online ist, verlinke ich sie euch. Wenn euch solche Rätsel gefallen und ihr generell interessiert seid an SolidWorks Content und Co., dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Video liked und auch gerne abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.